Ich habe mit 17 angefangen zu zeichnen und dann mit Kohle. Und ich habe auch immer auf meinen Bildern Kontrast auf das geschaut. Also hell und dunkel, weich, möglichst weich. Und das lernt man nur mit Kohle, mit Leihstift und Radieren. Und ich habe Autodidakt, also ich habe keinen Unterricht genommen. Denn ich wollte von mir aus etwas machen und nicht was der Lehrer erzählt. Ungefähr zwei Jahre später, dachte ich, das mache ich mal mit Farben. Also Wasserfarbe habe ich nicht gerne. Ich habe von Anfang an mit Öl gemalt. Die Idee und die Inspiration ist Schottland eindeutig. Seit der Landschaft in Schottland läuft die Luft viel klarer. Und das habe mich immer sehr interessiert. Da sind Farben einfach viel klarer als hier. Da ist es eher dunstig. Ich war 15 Jahre lang in Schottland gesehen. Und da sind regelmässig immer dort hinzufahren und wieder zurück. Also mindestens zweimal im Jahr. So ziemlich, zwei, drei Wochen. Was mich am meisten interessiert, ist das Meer und die Weite. Und Wolken. Das habe ich sehr gerne. Ich habe so Berge gar nicht zu malen. Ich mische ja alles selber. Und ich habe nur die Grundfarben. Gelb, Blau und Rot. Und natürlich Weiss. Aber wie gesagt nie Schwarz. Und das kann man nicht gut lernen. Das ist eine Erfahrungssache. Finanziell auch sehr praktisch. Wenn man nur drei verschiedene Farben hat. Und vor allem muss man nicht daran denken, ich nehme jetzt diese Farbe und das kann man nicht. Wenn man eigentlich alles ein bisschen mischen und anpassen. Ich habe manchmal oder öfters zwei Bilder miteinander. Und normalerweise im Durchschnitt habe ich zwei, drei Monate. Das ist gut, auch mal diese Idee zu rühren. Und etwas anderes zu machen. Das ist auch wieder einer meiner Kontraste. Und ich habe es fertig gebraucht, dass ich bis jetzt auch die ganze Zeit vielleicht zwei Bilder gewusst habe. Und das führe ich darauf zurück, dass es technisch schwarz-weiss wichtig war. Ich habe ja viele grosse Bilder. Die meisten sind gross. Ich habe mich nicht abgegeben mit kleinen Bildern. Ich habe mir mindestens 1,50 Meter oder 1,80 Meter. Und so. Die Leute eigentlich eher Möbel verschieben, als man kein Bild kaufen, das gross ist. Und das ist eine Erfahrung. Wenn jemand das gerne hat, dann macht er Platz dafür. Und das ist das, was einen Raum grösser macht. Nicht das Format, aber die Weite, die man drinnen sieht. Eigentlich wollte ich mir meine Bilder immer verschränken. Und dann hat man mir gesagt, das geht nicht. Das geht. Man müsste es einmal verdienen. Ich hatte dann eine Galeristin, die mich beraten hat. Also die Tendenz ist immer etwas günstiger zu machen. Denn ich wollte, dass normale, als einfachere Leute das auch leisten können. Ich hatte die Fliegerei immer gerne. Und dann hatte ich einen weiteren Verwandten. Das habe ich bei den Flugmotoren geschafft. Und da habe ich einmal ein ganz tolles Bild gemacht. Und zwar für die Olsäuse. Und das war ein grosser Erfolg. Also ich würde sagen, wir sollten einfach die Augen aufmachen. Und zwar draussen und überall. Und dort auch ein bisschen merken. Und die Leute laufen und schauen meistens am Boden. Und nicht geradeaus oder nicht rauf. Und was wichtig ist, ist, dass einem viel entgeht. Durch das. Und nicht zu fest ablenken lassen. Ich würde noch viel machen, weil Ideen habe ich genügend. Und Farben auch. Also ich bin Fred Lochbrunner. 1940 geboren. Und Maler, Kunstmaler. Bei Geht Oma Giet Bei Geht Oma Giet Die Verkauf W watering ein wenig Mrs. give43 Marie ber 용 quarters Onlyizein Kylar Kol